Herzlich willkommen zur Vorstellung des Hellerbausatzes Citroën 2CV. Hier der Bausatz der Citroën 2CV im Maßstab 1 zu 24, bestehend aus 99 Teilen mit den Maßen 159 x 61 mm. Hier die Maße nochmal gut zu erkennen. Die benötigten Farben, die Geschichte zum Original, die Dickel-Varianten. Jetzt schauen wir einmal in den Bausatz hinein. Einmal schön die Karosserie zu sehen, die fünf Vinylreifen, die Chrom- und Klarteile extra zum Schutz verpackt. Die drei Spritzlinge, Bauanleitung und der Dickelbogen. Die Bauanleitung im neuen Hellerstil. Die benötigten Farben. Und die kolorierten Bauschritte. Der Citroën 2CV ist nun bei einem Fach entlang erhältlich und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. von sie gleich den Faust durer ер diffusion hat, kann, wir pardon.